Musik Ich kann nur ein absolut positives Farsi ziehen, also nicht nur von der Location, aber vor allen Dingen vom Interesse der Leute, wie sie sich mit den Themen auseinandergesetzt haben, die Neugierde, sich auch mit Fachkollegen auseinanderzusetzen, wie sie in ihrer Kommunikation noch weiter sich entwickeln können. Wir sind Vorbild durch und durch, deswegen haben wir sie heute auch zu den Ambassadors of Excellence gekürt, ausgezeichnet, damit sie diese Vorbildlichkeit auch weiter nach außen tragen. Unsere Botschaft ist, dass wir das, was wir machen, natürlich auch an andere Weidel tragen. Wenn man weiter erfolgreich sein will in seinem Beruf, dann muss man neue Kompetenzen erwerben. Dass man sich selbst treu sein sollte, das haben wir auch, glaube ich, bei allen Bemerkungen gesehen von den Ausgezeichneten. Man denkt schräg und kommuniziert mit den Patienten so, dass die Patienten verstehen, was sie meinen. Ja, man bekommt den Abort, man ist ein Ambassador, aber der ist ja zeitlich begrenzt. Also weitermachen, dranbleiben. Und ich habe mir schon so viele neue Projekte überlegt, mit denen ich hoffe, wieder irgendwann mal gewürdigt zu werden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020